Leute, heute eine ganz interessante Sprecherin bei uns, Yvonne Greizke. Hallo Yvonne. Hallo Sven. Sag mal Yvonne, wofür kennt man dich denn? Man kennt mich vielleicht aus Die Eiskönigin, als Prinzessin Anna, aus Miraculous Ladybug, das spreche ich all Jahr, oder als Stimme von Alicia Vikander, Lea Seydoux, Lily James, Brie Larson. Also du machst ganz verschiedene Sachen, aber auch vier Zeichenträg oder Captain Marvel habe ich gehört, bist du auch jemand? Captain Marvel, ich bin Captain Marvel bei den Marvels, genau, kommt jetzt bald wieder was. Aber du machst halt, du sprichst hauptsächlich, jetzt Regie und Buch weniger. Ich mache kein Regie und Buch, ich spreche hauptsächlich das meiste Synchron, aber auch Hörspiel, Hörbuch. Dann Hörspiel, gibt es da was zum Beispiel? Hörspiel, sehr, sehr schön war zum Beispiel Ghostbox vor ein paar Jahren, haben wir das gemacht. Wir haben nur eine Minute. Okay, eine Minute ist gleich vorbei. Okay, dann ist es vorbei? Dann ist es vorbei. Tschüss. Wartest du?